hi freunde ich bin es wieder euer kamikaze taucher ich begrüße euch heute hier vom natura guard in übenbüren das ist ein richtig schöner großer unterwasserpark und was wir hier sehen gerade das ist das becken wo es gleich rein geht ins wasser das ist ein wirklich riesengroßes gelände richtig schön gemacht und in diesem becken da sind jede menge welten drin und hier gibt es auch einige fische darunter halt auch störe im endeffekt so was wie man das halt auch schon in nullzeit gesehen hat aber hier ist das ganze noch mal in der ecke anders weil das ganze nämlich draußen stattfindet wir haben heute hier wirklich richtig schönes wetter wirklich traumhaft entsprechend bin ich auch wirklich absolut neugierig was mich hier drin erwartet ich freue mich auf jeden fall erstmal auf ein paar schöne tauchgänge was ich ja alles erleben werde ich bin jetzt schon voll aus dem häuschen bin total begeistert alleine auch schon wegen dem gebiet selber hier das ist so riesig gerade so das würde ich euch mal so ein bisschen zeigen halt so also ich freue mich jedenfalls wirklich hier zu sein auch schön dass ihr wieder mit dabei seid und jetzt lasst uns einfach mal selber gemeinsam erkunden was wir hier alles entdecken werden also viel spaß dabei und hier ist auch schon der erste stör wunderschönes tier auf jeden fall ziemlich groß aber im vergleich zu den anderen die ihr noch sehen werdet hat der der noch eine geringere größe gehört aber trotzdem alleine schon den sozusagen mächtig imposant und da ist auch der michael mit dem bin ich bereits zweimal getaucht verdammter kerl auch für jeden spaß zu haben mit dem hat das auch spaß gemacht da zu sein da bin ich kurz zu sehen hallöchen genau ab geht's zum abenteuer und hier seht ihr direkt geht's weiter und da kommen sie auch schon an ja ihr seht richtig die sind genau in die kamera reingeschwommen und das war nicht nur der sondern da kommen noch ein paar weitere die das gemacht haben und ihr seht es ja gerade die sind mächtig aktiv schaut euch das mal an und da kommt der nächste und 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 ja nee also das war absolut irre wie die sich da bewegt haben das war quasi eine Invasion muss man sagen wir sind hier am Tempelplatz der Tempelwächter weil da ist ja auch ein Tempel drin den die da angelegt haben vom Natura Guard und da also die haben sich da wirklich nicht gelumpen lassen die haben da keine kosten und keine Mühen gescheut und dann sie sehen wie die großen Tiere da wirklich auch so da durchschwimmen also das ist der absolute Wahnsinn super würde ich so sagen und schaut euch das mal an oi der Hammer wirklich und warum die so zutraulich sind weil die sind wirklich keiner auf Kuschelkuss gegangen die Tiere die sind von den Tauchern per Hand aufgezogen worden und entsprechend sind die natürlich halt auch die Taucher gewohnt. Die Taucher sehen hier hinten und denken, oh, schön, da gibt es was zu essen. Und deswegen sind die da wirklich so, wie die da, so aktiv sind. Michael war auch total beeindruckt, genauso wie ich. Also das war wirklich herrlich. Das Schöne an dem Teich ist hier auch, das ist ein eigenes Ökosystem. Die Störe sind die einzigen Fische da drin, die noch zusätzlich gefüttert werden. Die anderen Fische, da sind ja sogar Zander und Fische drin, die werden da gar nicht gefüttert, weil da auch noch viele andere Fischarten drin sind, wie jetzt zum Beispiel Rotaugen oder auch Barsche. Und weil da halt nur mal das Angebot dann da so vielfältig drin ist, werden die natürlich dann auch entsprechend nicht noch extra gefüttert. So, und das hier ist auch so eine Besonderheit, die verschiedenen Höhlen. Das ist ja wirklich ein richtiges Höhlen-System. Also die haben da zwei Höhlen-Systeme, haben die da wirklich da eingebaut. Das fand ich auch total interessant. Also man hat da wirklich viele verschiedene Möglichkeiten, da was zu machen. Da hat man Höhlen-Tauchen, man sieht später auch noch einen Rack, wo wir auch noch reingetaucht sind. Also das war schon sehr interessant, also muss man wirklich sagen. Und hier sehen wir auch gleich am Eingang. Da sind zwei Hechte, war auch schön anzusehen. Schöne Tiere immer wieder, an denen kann ich mich auch wirklich total begeistern. Ich werde immer wieder mal gefragt, wie lange man dann so unter Wasser bleiben kann. Also das liegt immer an einem selber, weil das Lungenvolumen spielt da auch eine Rolle. Und dann spielt da natürlich auch eine Rolle, wie kalt es ist, wie tief es ist. Weil je tiefer man geht, desto mehr Luft verbraucht man, je kälter es wird, desto mehr Luft verbraucht man. Und je größer das Lungenvolumen ist, desto mehr Luft verbraucht man natürlich. Aber wenn man jetzt zum Beispiel auch immer so eine 12-Liter-Flasche drauf hat. Wir hatten hier an den zwei Tauchgängen, die wir hier hatten, 12, nee Quatsch, keine 12, sondern 10-Liter-Flaschen. Und da sind wir so eine Stunde etwa mit ausgekommen. Und wir waren so auf einer maximalen Tiefe von 7,50 Meter. Tiefer war das da wirklich nicht. Hier sind wir gerade in den Brach drin, was ich auch sehr interessant fand. Ist natürlich künstlich da reingesetzt. Nichtsdestotrotz hat es Spaß gemacht, da mal durchzutauchen. Wassertemperatur war bei 18, 19 Grad. Das ist auch vollkommen in Ordnung soweit. Also kalt war uns jedenfalls nicht. Also ich hatte jedenfalls keine Handschuhe an gehabt. Aber ich hatte auch meine Kopfhaube an. Weil es besteht ja trotzdem immer wieder die Möglichkeit, dass man da irgendwo gegenstößt. Und das ist mir zum Beispiel dann da auch passiert, gerade auch in den Höhlen. Und da war ich dann froh, dass ich die Kopfhaube an hatte. Weil ich dadurch dann halt auch mit dem Neopren geschützt war am Kopf. Deswegen hat mir das dann so gar nichts ausgemacht. Auf jeden Fall hat es heute noch Spaß gemacht, hier dann auch wieder das Trakt zu erkunden. Ist zwar einer als künstlicher, aber auf der anderen Seite macht es trotzdem Spaß da so durchzutauchen. Das ist dann wirklich so ein Anteuerspielplatz. Und das ist im Endeffekt auch das Schöne dabei. Man entdeckt was Schönes. Das ist einfach toll. Also mir hat das echt Spaß gemacht. Auch wenn es nur ein künstliches Wrack dabei ist. Total egal. Hat einfach Spaß gemacht. Okay, das ist jetzt weniger schön. Und an meinen Kumpel Andy, der sich das Video jetzt wahrscheinlich auch ansehen wird. Kumpel, ich habe das nicht dahin geschrieben. Also bitte nicht hauen. Bitte nicht armes Pferlchen hauen dafür. Und das Wrack selber, wie gesagt, einfach nur schön mit anzusehen. Wie geil, ey. Das ist absolut geil hier. Ist gut, oder? Ey, aber wirklich was für riesige fette Störe. Michael, wie ist deine Einschätzung mit jetzt zum NaturaCard gekommen? Sag zu mir was in die Kamera. Ja, mega cool. Aber ja, aber richtig, Leute. Ey, ihr werdet es nicht glauben. Also ich störe ihn da unten. Ey, ihr glaubt es nicht. Die sind aber wirklich einige sind mindestens zwei Meter groß. Also anders kann ich mir das nicht erklären. Aber die wunderschönen, ey. Die stupsen einen dann wirklich aber auch so an. Das ist der absolute Opa-Paz. Und dann direkt auch noch hier diese Kumpel, wo wir jetzt gerade drin sind. Ey, das ist unnormal. Und nochmal, das ist so gigantisch. Das kann man so eigentlich gar nicht im Worte passen. Das ist der absolute Hammer. Na gut, wir tauchen aber wieder zum Einstieg zurück. Und dann machen wir auf jeden Fall gleich noch einen zweiten Tauchgang. Ey, also echt, das ist der Knaller hier. Ey, ich bin begeistert. Ey, das ist so mega geil hier. Ach, Hammer. Hä, Hammer. Oh창. Hä? Eine krosurene. University vastp camar loisa! Ohn! polishing ist auch du wahrscheinlich auch hier. ja mit den mühlen haben die sich hier auf jeden fall echt nicht lumpen lassen aber das ist generell bei dem ganzen gebiet das die da aufgebaut haben also da muss man wirklich auch den wüfe vorziehen vor der ganzen arbeit also echt das sollte man wirklich einfach mal gesehen haben hier sind wir dann jetzt beim zweiten tauchgang da sind wir dann noch mal auf dem platz gewesen mit den tempelwächtern um das einfach noch mal auf uns wirken zu lassen was da gewesen ist und ihr seht es ja so aktiv also und die waren wirklich teilweise über zwei meter groß also wenn man das wirklich selber nicht selber mal erlebt hat und die waren wirklich so hatten da wirklich nichts zu vertrag gehabt aber das war auf der anderen seite auch so irre von allen seiten rechts links oben unten sind die da angekommen ich meine die tun eigentlich überhaupt nicht aber wenn dann da wirklich vor einem da direkt so ein großer kopf dann da ankommt dann denkt man erst mal so dann ist da einfach nur ein baumflitzer am staunen und das habe ich da in einer tour gemacht aber wirklich fern der nächste weder also der absolute hammer das war ja auch mein jahrestag als taucher den ich da verbracht habe und dann diesen tag lang hier zu verbringen ist einfach nur mega also perfekt da geht es im endeffekt eigentlich gar nicht weil den jahrestag mit so einem erlebnis feiern zu können das ist schon echt was besonderes und gerade auch für mich riesengroßen spaß ich kann das teilweise wirklich noch nicht in worte fassen was ich da erlebt habe und wie schön diese tiere sind ich komme da echt nicht drüber glatt das sind so wunderschöne tiere so riesig teilweise über zwei meter groß und so sanfte riesen wirklich das sind traumhaft schöne tiere das kann man gar nicht sagen wirklich ich bin so begeistert ich habe so viele Tiere wirklich verliebt nach muss ich sagen aber wirklich so da komme ich dann jetzt mal vor die kamera der michael hat das wirklich auch sehr gut gemacht war wie gesagt nicht nur ein toller buddy sein er hat auch wirklich ein paar selber noch geile Bilder gemacht er selber hat auch noch wie gesagt einige geile Videos mit seiner Kamera gemacht da kommt auch schon der nächste und so viel das wirklich die ganze Zeit kaum war der eine weg kam direkt der nächste an haha ja kaum zu fassen und hier sind wir dann am Tempel die Statuen haben die auch richtig schön gemacht also war schon sehr imposant da war ich wirklich auch ich war begeistert nicht nur von den Tieren selber sondern was die da rauf gestellt hatten aber wie gesagt die haben sich da wirklich nicht hinterlassen irgendwas die drauf gebaut haben das muss man schon sagen das muss man auch wirklich mal lobend erwähnen also richtig stark und hier sind wir dann durch die Löcher in der Decke von dem Tempel dann durch und hier sieht man auch schon die kleineren Fische und hier sind dann auch das Seegras und die Seerosen die kleineren Fische wie gesagt die sind halt im Endeffekt quasi so und das Futter der Fleischfresser wie die Zander oder Hechte muss man so sagen aber ist halt ein Ökosystem also somit halt auch Natur und das ist eben so aber trotzdem sehr schön anzusehen kann man gar nicht anders sagen und da sind wir beide dann immer so von ein Loch in der Decke zum nächsten Loch in der Decke einfach mal kurz reinzuspinzen und zu schauen was da so ist aber das ist ja genau dafür auch gedacht und gemacht wenn man da sieht kann man gar nicht anders sagen man ist einfach nur richtig richtig schön gemacht aber echt und jetzt alle zander 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 zanderstruck ja nach dieser zanderdame hatte ich auch verhalten da wollte ich mir gesagt dass die da halt rumliegt ja da fällt wieder der Speer in die Kamera richtig schöne Dame ist das richtig schön mit anzusehen aber schön dich zu sehen kleines so und hier sind meine letzten Sekunden von dem Video richtig schöner aus aus bevor es hier dann auch mit den Videos von Michael weitergeht die ich euch ja versprochen hatte und wie man sieht Bernd war richtig schön ne ich hab ja nicht zu viel versprochen ich hab ja auch gesagt wie frech die störe teilweise waren wie dieser hier zum Beispiel und ich hab das noch nicht mehr gemerkt dass der da wirklich so an der dranhängt der war einfach neugierig und nicht und der hier war auch schon Musikaus wie so ne Katze ja kann man kaum glauben ist aber wirklich so wie der sich grad verhalten hatte haha so der störe wie ein bisschen gegeben dem Michael auch und mit diesen Bildern möchte ich mich verabschieden für dieses Mal von euch ja ist schwer gefallen den hier nicht zu gewinnen bleibt gesund bis zum nächsten Mal und viel Spaß bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.